Herzlich willkommen zu einem brandneuen Interview. Ich hier zusammen mit dem guten Philipp Moosammer. Der gute Philipp ist aus Österreich und war Teilnehmer unserer Mastermind in Chamonix-Montblanc. Und er baut seine eigene Agentur auf. Das Spannende an Philipp ist folgendes. Der Philipp hat damals mit 17 schon, war das, ne? Hast du gesagt, du startest deine eigene Agentur? Eigentlich, also mit 16 wollte ich das erste Mal mehr Geld verdienen. Ich habe dann mit 19 erst die Agentur begonnen, aber vorher schon mit Affiliate-Marketing und so weiter. Genau, hat da schon ein bisschen was gemacht. Also er hat sehr jung angefangen. Das Spannende ist, er hat seine Agentur aufgebaut und hat schon Vollzeiteinkommen verdient gehabt, während er noch sein Matura gemacht hat in Deutschland, Abitur. Das Spannende jetzt ist, er hat seine Agentur gut hochgebracht, ja, gute Umsätze gefahren, geile Kunden. Das während dem Abi, hat das Abi abgeschlossen. In Österreich gibt es ja noch die Werbpflicht, die gibt es in Deutschland ja nicht mehr. Und jetzt macht er ein freiwilliges soziales Jahr. Und das Spannende daran ist, er baut seine Agentur weiter auf. Das heißt, er ist am Ackern jeden Tag bis 16 Uhr, kommt nach Hause und dann arbeitet er weiter bis in die Nacht rein an der Agentur. Das macht er jetzt das nächste, das volle Jahr noch. Und dementsprechend habe ich ihn dazugeholt, um hier ein bisschen die Insights zu teilen, die Inspiration zu teilen, die der Philipp hier einfach einem mitgeben kann. Wie du es egal, ob du einen Vollzeitjob hast, dein Abi gerade machst, studierst, ob du ein freiwilliges soziales Jahr machst, ganz egal was, wie du trotzdem innerhalb kürzester Zeit dir wirklich ein geiles Einkommen aufbauen kannst mit deiner Agentur, was so der Weg war dahin. Und darum geht es heute hier mit dem guten Philipp. Philipp, erzähl doch mal kurz, springen wir vielleicht zu dem Punkt vor, wo du gesagt hast, du startest deine eigene Agentur. Was waren die Gründe, weshalb du gesagt hast, jawohl, ich will jetzt Social Media Agency aufbauen? Ja, eigentlich war es ganz einfach. Also dieses Business-Modell generell war ja so ein bisschen im Trend, mehr oder weniger. Und weil ich halt vorher viel mit Social Media gemacht habe und mich dann immer mehr Leute eben gefragt haben, gerade auch in der Networking-Szene unter anderem, habe ich dann natürlich irgendwann ein Gewerbe anmelden müssen und bin natürlich dann in verschiedene Coachings reingekommen für eben den Agenturaufbau. Sehr geil, cool. Und da hast du dann direkt gesagt, jawohl, let's go, ich baue jetzt auf, weil du bist ja nicht rausgefallen wie viele andere, die einfach mal anfangen und danach wieder aufhören. Was war so der Weg zu deinem ersten Kunden? Der Weg zu meinem ersten Kunden, also der hat eigentlich schon begonnen, bevor ich das Gewerbe überhaupt gegründet habe. Ich bin eigentlich im Sommer 2019, ich bin permanent einfach im Urlaub da gesessen mit dem Laptop, jeden Tag E-Mails geschrieben und so weiter für die Akquise einfach und dann die Leute zurückgerufen. Und dementsprechend damals habe ich mich aber auch noch auf andere Unternehmen fokussiert. Das heißt, es waren eher so Fitnessstudios und so weiter, wo man einfach so einen Provisionsfunnel anbietet. Und ja, irgendwann hat dann einmal das ein oder andere Fitnessstudio zurückgeschrieben, habe dann Schulanfang meiner ersten Termine gehabt und dann natürlich auch schon die ersten paar hundert Euro verdient, beziehungsweise tausend dann auch. Sehr cool, das ist nice. Wie lange hast du deine Agentur gehabt, bevor du auf mich zugekommen bist und gesagt hast, du willst bei der Mastermind dabei sein? Das war genau ein Monat. War genau nur ein Monat, ja? Ja. Okay. Was war denn damals der Grund, weshalb du gesagt hast, falls du dich noch erinnerst? Okay Nick, ich will mit auf die Mastermind kommen. Ja, ich bin generell so ein Typ einfach, der eher spontane Entscheidungen trifft, weil ich schiebe Sachen einfach nicht gern auf. Deswegen, ich habe dir immer wieder geschrieben, eben weil ich für Networker unter anderem Ads geschalten habe. Du hast ja schon Erfahrung mit Matuska und so weiter. Habe ich dir halt immer wieder auf Facebook geschrieben und dann, ich glaube, wir haben um 23 Uhr oder sowas noch telefoniert und du hast gesagt, das ist noch ein letzter Platz frei. Und ja, da war auch schon mein erstes Geld praktisch wieder reinvestiert in... Das war ein großer Sprung für dich, ne? Ja, sicher. Es ist so das erste Geld, was man, also eine größere Summe, was man selbstständig verdient. Und, aber für mich hat das irgendwie so festgestanden, dass ich das jetzt nicht irgendwie für ein Palm Angels Lival ausgeben will oder so, sondern einfach mich wirklich weiterbilden will und auch den Großteil meines Geldes dafür ausgeben will. Sehr. Rückblickend gesehen hat es sich für dich gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Also wir waren ja mehrere Tage jetzt in Frankreich und ich habe da die Agentur, wie gesagt, nur einen Monat gehabt, habe aber trotzdem schon mehrere Kunden gehabt und ich habe einfach schon ein paar Probleme und so gekannt. Der Unterschied von mir zu vielen anderen Mastermind-Teilnehmern, muss man auch sagen, ich war komplett unvorbereitet. Ich habe keine Fragen gehabt an irgendeinen Coach dort. Ich habe einfach gar nicht gewusst, okay, was mache ich eigentlich falsch, weil ich einfach so am Anfang gestanden bin. Ja, spannend. Was war, was war die, wo stand, also dein Umsatzlevel war, du hast gesagt gehabt, du hast 2000 Fix im Monat verdient gehabt, bevor du, also direkt schon in deinem ersten Monat Agenturaufbau. Ja, ja, ja. Genau, das hast du dann direkt reinvestiert gehabt in die Mastermind, ja, hast dann kurz auf schlotternde Knie gekriegt, hast gesagt, oh Gott, kriege ich es wieder raus, wird das klappen oder wird es nicht klappen? Was ist nach der Mastermind passiert? Im Endeffekt war es die Erfahrung auf jeden Fall wert. Und nach der Mastermind im neuen Jahr habe ich dann einfach noch die Kunden gehabt, die ich jetzt zurückgehabt habe. Aber ich habe, ganz ehrlich, also ich habe richtig viel mitnehmen können, so an Learnings einfach. Ich habe es zwar nicht jetzt direkt umsetzen können, weil Anfang des Jahres habe ich mich dann eben auf diese Matura fokussieren müssen, habe dann die Akquise immer weiter ein bisschen eingestellt, mehr oder weniger, dass ich lernen kann. Und ja, jetzt nach der Matura, nach der ganzen Schule, ist mir so richtig bewusst geworden, wie wichtig das zum Beispiel ist, dass man klare Prozesse oder so hat oder auch über das Pricing und so weiter. So habe ich mir das alles mitgeschrieben. Und ja, ich kann jetzt jederzeit einfach die Informationen rausholen von der Mastermind und weiß wieder, was wichtig ist für den Agenturaufbau. Also in dem her. Geil. Das Spannende ist ja Folgendes. Du hast mir ja, ich glaube, das war sogar zwei oder drei Wochen nach der Mastermind, hast du mir geschrieben gehabt, hey, danke Mann, ich habe mich endlich getraut, mal von einem Kunden vierstellig zu nehmen. Davor hast du ja nur so 600 Euro Pakete verkauft und so weiter. Erzähl das doch mal. Wie kam es auf einmal, dass du gesagt hast, jawohl, ich bin jetzt beim Kunden, ich sage dir jetzt, du zahlst mir jetzt 2.000, 3.000 Euro dafür? Ja, das Pricing, wie gesagt, das war eigentlich so richtig das Thema von Patrick und mit ihm habe ich mich auch wirklich lange darüber unterhalten. Und ja, im Endeffekt, wenn man es jetzt nicht macht, macht man es nie. Also von dem her muss man sowieso ins kalte Wasser reinspringen. Ist einem natürlich ein bisschen unangenehm am Anfang, aber du sagst einfach, das und das kostet es. Und ich glaube, da spielt auch einfach sehr viel das Selbstwertgefühl so mit. Wie viel man glaubt, dass man schafft und so weiter. Oder generell, ob man das dann überhaupt wert ist. Ja, und das hast du dann einfach, du hast so einen Push gekriegt, hast die ganzen anderen Agenturbesitzer gesehen auf der Mastermind, die teilweise schon 10, 20, 30.000 im Monat verdienen und hast dann gesagt, weißt du was, ich mache es jetzt einfach. Und dann ging es auch direkt los. Wo stehst du denn du umsatztechnisch jetzt gerade? Wohlgemerkt nach Matura und eigentlich nur kurze Zeit, bis du jetzt dein Freiwilliges Soziales Jahr gestartet hast. Yes, also ich erzähle noch einmal kurz die Rückgeschichte jetzt von der Matura bis jetzt. Gerne. Also bis zur Matura habe ich eigentlich dann alle Verträge so auslaufen lassen, weil es halt trotzdem ziemlich viel zum Lernen. Habe aber dann, wie du gesagt hast, schon ganz gut verdient. Teilweise in einem Monat sogar mehr wie meine Lehrer. Was dürfte ich eigentlich nicht auf YouTube sagen, falls das irgendwer sieht. Hallo. Na, aber und nach der Matura eben war das eigentlich so, wieder komplett neuer Agenturaufbau. Weil ich wollte die Kunden nicht mehr, die ich vorher hatte. Ich wollte keine Networker, ich wollte keine Fitnessstudios mehr. Nichts, ich wollte einfach auf größere Unternehmen gehen. Und habe mich halt von Anfang an jetzt darauf fokussieren können, gerade was wir eben auf der Mastermind gelernt haben, auf klare Prozesse und so weiter, dass das einfach alles ganz klar ist und dass man das einfach skalieren kann. Und jetzt bin ich eigentlich gerade mitten in der Akquise wieder von neuen Unternehmen, hauptsächlich in der Metallbau-Branche. Und da schauen wir halt, dass wir für die ganzen Unternehmen Mitarbeiter gewinnen, weil die tun sich da ziemlich schwer. Gerade eben, weil es wenig Metallbauer gibt, eben wenig Monteure und so weiter. Oder die finden die ja ziemlich schwierig. Und von dem her, ich bin da jetzt momentan so auf Mitarbeiterakquise angewiesen. Also du hast im Prinzip Funnel gebaut und schaltest die Ads jetzt für Unternehmen, die hauptsächlich Mitarbeiter, jetzt Handwerker und so weiter suchen. Ich habe einfach ein Problem gesucht, wo ich dann eine Lösung dazu finden kann. Und es gibt eben diesen Fachkräftemangel, Deutschland, Österreich, Schweiz, weil es einfach wenig Leute gibt, die heutzutage noch handwerkliche Berufe lernen. Und dann eben mit speziellen Strategien, dass man entweder die Leute abwirbt von anderen Unternehmen, zu sicheren Unternehmen holt, oder Arbeitslose akquiriert mehr oder weniger. Aber hauptsächlich fokussieren wir uns halt darauf, dass wir Metallbauer zum Beispiel von anderen Unternehmen abwerben und die dann in ein anderes Unternehmen holen. Und ja. Sehr cool. Was zahlen dir denn deine Kunden derzeit? Mein Pricing, also für Funnelaufbau, Kampagnenerstellung und so weiter, liegt bei 2.500 circa, also so als Startgebühr. Und dann monatlich 1.000 Euro circa. Sehr cool. Obwohl ich da dann, da muss man eben dann mit so einem Dualsystem mehr oder weniger arbeiten, weil es gibt halt nicht viele Unternehmen, die permanent Mitarbeiter suchen. Das heißt, ich sage ihnen halt dann, okay, wir können dieses und dieses Monat auf Anfragen zum Beispiel umstellen, auf Beratungen. Und ja. Das ist smart auf jeden Fall. Dadurch baust du dir halt langfristig deutlich mehr Kunden auf. Genau. Und das ist auch das Wichtige. Sehr cool. Wie viel hast du jetzt schon gewonnen wieder mit der neuen Strategie? Drei, vier circa. Ja. Ich akquiriere noch nicht so lange, circa seit vier Wochen oder so. Seit vier Wochen wieder, da bist du gut am Start. Aber wie du gesagt hast, ich arbeite jetzt gerade von halb acht in der Früh bis um vier Uhr im SOS Kinderdorf. Also ich betreue da halt Kinder, die mit Missbrauch und so zu tun hatten. Und dann komme ich halt heim um halb fünf circa. Und von halb fünf bis um zwei in der Früh arbeite ich halt dann noch an der Akquise, plane E-Mails, die ich am nächsten Tag rausschicke, damit halt natürlich auch wieder Termine reinkommen. So ist es. Ja, hast du ja in deiner Insta-Story schon gepostet, dass wieder ein Termin gebucht wurde bei dir. Ja. Das ist sehr cool, Mann. Das ist richtig cool. Und wie hast du da so deinen Tag strukturiert? Das ist, glaube ich, ganz spannend für Leute, die vielleicht den ganzen Tag arbeiten gehen, die dann auch erst 17 Uhr zu Hause sind. Wie ist da so deine Struktur oder dein Vorgehen, damit du auch wirklich noch mit genug Energie dabei bist, Spaß dabei hast und dann auch noch wirklich Termine bei rumkommen und du auch noch deinen Kunden ordentlich helfen kannst? Ja, also mein Tagesablauf schaut circa so aus. Ich komme von der Arbeit heim und da braucht man eben zuerst einmal ein bisschen was, dass man den Kopf freikriegt. Da gehe ich dann meistens einfach ins Fitnessstudio, zwei Stunden oder so. Und dann komme ich heim, tue Abendessen und dann fängt das Ganze an. Also E-Mails rausschicken, natürlich die Kampagnen verwalten, die man schon hat und so weiter. Und da komme ich dann meistens auf eine Zeit von halb zwei in der Früh oder so. Also ich muss jetzt auch nicht sagen, also ich muss sagen, mein Schlafrhythmus ist jetzt auch nicht der gesündeste. Also ich schlafe vielleicht fünf Stunden maximal. Geil, ja. Du, ich meine, fünf Stunden an sich reichen auch vollkommen aus. Mehr als sieben brauchst du eh nicht, im Regelfall. Genau. Von dem her, das sollte man natürlich nicht dauerhaft durchziehen, aber ich kenne es sicher, ich habe heute auch noch vier und eine Stunde geschlafen. Ja, es ist ja so, also ich arbeite heute extrem viel an der Akquise und ich sehe das eher so, dass, wenn ich das Ganze jetzt erledige, habe ich einfach nachher, während die anderen die 40-Stunden-Woche noch haben, mehr Freizeit und bessere Umsätze natürlich. So ist es. Was ist denn dein Plan, also wie hast du dein Jahr geplant, bis du, sage ich mal, fertig bist mit dem sozialen Jahr, was du gerade machst im SOS-Kinderdorf und was hast du danach vor? Also, wie du schon sagst, man muss eben Bundeswehr oder Zivildienst machen, bei uns heißt das so. Und das sind neun Monate, das heißt, ich habe jetzt diese Woche angefangen und habe jetzt noch neun Monate vor mir, wo ich, ich hoffe, ich kann diesen Schlafrhythmus beibehalten. Ja, also nach dieser Zeit, nach den neun Monaten, schaue ich mal wirklich, wo ich stehe und schaue auch, dass ich meine monatlichen Ziele so erreiche. Und sonst mache ich ja berufsbegleitendes Studium vielleicht noch, aber mein Ziel eigentlich ist, dass ich nicht studieren gehe. Ja, ich meine, warum solltest du es nicht schaffen? Ja, ja. Also an sich, wenn du, weißt du, vor allem wenn du zu Hause lebst, wenn du keine hohen Fixkosten hast und jeden Monat kommen deine 5.000 bis 10.000 Euro rein, mal mehr, mal weniger und du legst fleißig zur Seite, dann hast du damit kein Problem und vor allem hast du jetzt schon alle Skills und so viele, so viele Erfahrungen gesammelt im Agenturgeschäft, dass du danach auf ein Studium nicht angewiesen bist. Ja. Ja, ich hoffe. Oder ist das anders? Was könnte denn dazwischen kommen? Ja, keine Ahnung. Richtig. Die Welt geht unter. Die Welt geht unter, ja. Dann haben wir ganz andere Probleme als studieren zu gehen. Nein, aber das wäre so wirklich schon ein großes Ziel von mir, einfach nicht studieren gehen zu müssen. Ja. Es kann eigentlich eh nicht recht viel passieren, weil das Gute ist, Know-how kann man immer verkaufen. So sieht es aus. Und das kann mir auch keiner wegnehmen, also von dem her. Dir kann es erstens keiner wegnehmen und zweitens hast du schon wie viel, 20, 30 Kunden aus verschiedensten Branchen jetzt schon betreut und jeder war bereit, dich zu bezahlen, egal ob du gerade noch dein Matura machst oder erst 20 bist oder sonst was und du konntest auch für alle Kunden geile Ergebnisse liefern. Klar, es wird nicht jedes Projekt ein Mega-Erfolg, aber nichtsdestotrotz hast du dir selber schon oft genug bewiesen und auch allen anderen da draußen, dass du das Ganze kannst. So. Ja. Von dem her ist das auf jeden Fall schon ziemlich geil. Was mich interessieren würde, ist, du hast jetzt mehrfach davon gesprochen, schickst E-Mails raus, bereitest die vor und so weiter. Und wie ist denn da dein Vorgehen bei der Kundenakquise? Also du musst jetzt nicht das komplette Skript hier auspacken, wie du da vorgehst, aber vielleicht mal so ein bisschen detaillierter beschreiben, was du denn da konkret machst. Also grundsätzlich, wie gesagt, ich schicke E-Mails raus und analysiere halt das Problem von diesem Unternehmen genauer und sage ihnen halt, sie haben ein Problem und meistens erzeugt das einfach so eine Aufmerksamkeit dann. Es gibt, das ist dann 50-50, ein paar Unternehmen schreiben zurück, dass sie halt mega angepisst sind, weil ich halt gerade die Wahrheit angesprochen habe von ihrem Unternehmen, aber die 50 anderen Prozent sagen dann, boah, der Typ versteht mich, der versteht meine Branche und da melden sie sich dann. Das heißt, da ist dann der Calendly-Link zum Beispiel in der E-Mail drinnen und dann schaut meine Struktur, mein Plan schaut so aus, dass ich einfach ein Vorqualifizierungsgespräch mache. Das mache ich aus dem Grund, weil ich da einfach die Kunden schon rausfiltern kann, mit denen ich nicht arbeiten will. Das sind zum Beispiel Kunden, die nicht einmal richtig wissen und von denen habe ich viele gehabt, die zu mir kommen und nicht einmal richtig wissen, was sie eigentlich wollen. So und mit solchen Leuten ist es jetzt schwer zum Arbeiten, weil was willst du dann erreichen, wenn die Person nicht einmal selber ein Ziel vor Augen hat? Und da tun wir dann eben im Vorqualifizierungsprozess schon aussortieren, okay, diese Leute sind bereit, diese Summe zu investieren und so weiter und dann setze ich mich erst hin und mache mit denen eine Beratung und spare natürlich so dann Zeit. Also dieses Vorqualifizierungsgespräch dauert dann so 10, 15 Minuten. Sehr cool. Und danach machst du dann den Sack zu und sagst, pass auf, wir quatschen jetzt morgen nochmal oder wie läuft es? Ja genau, da machen wir uns dann gleich im Vorqualifizierungsgespräch, sage ich ihm halt, ob er jetzt geeignet ist oder ob das eher eigentlich nichts für ihn wäre. Ich sage ihm auch, dass das für beide Seiten gut ist, weil es gibt ja viele Unternehmen, die das dann auch nicht verstehen. Warum muss die Agentur jetzt vorqualifizieren? Eigentlich will ich ja Kunde werden. Aber so schaut das Ganze heraus dann. Das baut einfach auch einen größeren Sog auf, wenn du das so machst. Vor allem, wenn du halt sagst, okay, du hast nur begrenzt Zeit und die Zeit willst du dann dementsprechend auch gut und sinnvoll nutzen. Es ist dieser Expertenstatus und gerade in meinem Alter muss man sich ja gut verkaufen können, dass man Kunden bekommt. Und das ist natürlich so eine gewisse Kuriosität, löst es schon aus, wenn man dann als Agentur einen eigenen Vorqualifizierungsprozess hat und nicht einfach jeden Unterhergelaufenen annimmt. Und wie gesagt, das Wichtige ist immer, am Ende von jedem Call gleich einen nächsten Call ausmachen und dann mache ich halt die Beratung, wenn ich sehe, okay, der Typ wäre was für mich. Dann schicke ich ihm nochmal einen Link für meinen Meetingraum, mache das Ganze aus und vorher noch Terminerinnerungen schicken, 10, 30 Minuten vorher und dann passt es auch. Sehr cool. Und dann bist du im Beratungsgespräch, dann sitzt du beispielsweise bei Zoom drin. Was machst du dann mit den Interessenten, die kaufen wollen? Ja, zuerst stelle ich mich einmal selber vor, weil die Leute wissen halt teilweise gar nicht, meine ganze Geschichte eben und Storys verkaufen wir auch. Deswegen, ich erzähle halt meine Geschichte meistens. Dann, was die Strategie, also die Strategie, die genaue, erzähle ich ihnen eigentlich immer erst zum Schluss. Weil das ist immer so der Punkt, da bleiben einfach die meisten dann dran. So, weil sie eben diese Strategie wissen wollen, okay, wie bekommt der jetzt genau diese Mitarbeiter rein? Und da ist es eben ganz wichtig, dass man sie vorher schon als Experte, na, wie sagt man? Als Experte platziert, positioniert, richtig. Genau, genau. Sehr cool. Ja, das gehe ich so in der Beratung dann durch, stelle mich zuerst selber vor, erzähle meine Story, wie ich in das Ganze reingekommen bin und über was ich jetzt genau auf Mitarbeiter-Ads gekommen bin, weil das ist ja eigentlich viel durch das Networking entstanden, ist ja eigentlich lustig. Ich habe das nämlich lange als Fehler einfach angesehen, dass ich gerade in der Networking-Szene halt viel Werbung geschalten habe. Aber eigentlich war es ein gutes Learning, weil fürs Mitarbeiter suchen bringt sich das ziemlich viel. So ist es auf jeden Fall, ja. Also generell ist das ein großes Learning, darf auch ein Learning für dich sein, dass du nichts umsonst gemacht hast. Also alles, was du machst, ist es eine Erfahrung, ist es ein Learning und es macht dich reifer, es macht dich weiser. Es gibt sonst negative Erfahrungen. Richtig und das sorgt dafür, dass du auch in Zukunft, früher oder später, wird dir das wieder über den Weg laufen. Also diese Erfahrung kommt dir dann irgendwann wieder zugute einfach, sodass du da dann dementsprechend was Geiles machen kannst. Cool. Jetzt bist du im Gespräch, dann stellst du dem Kunden die Strategie vor und dann kommt die alles entscheidende Frage nach dem Preis wahrscheinlich. Wie machst du das? Also wie kriegst du, machst du dann den Sack tatsächlich zu? Ja, also wie gesagt, ich stelle an dem Vorqualifizierungsgespräch schon die Frage, wie viel er bereit ist zu investieren, jetzt mal im vierstelligen Bereich. Und am Schluss, also sage ich, erinnere ich ihm halt nochmal dran, dass er ja gesagt hat, wenn das Problem jetzt durch diese Summe gelöst wird, würden sie das investieren. Dadurch, dass er mal vorher schon das Ja gibt, ist das eigentlich dann schon ziemlich fix. Also ich sage auch am Anfang von jeder Beratung und ich glaube, das machst du auch, das machst du ziemlich gut sogar, weil das ist mir bei der Mastermind aufgefallen, wie wir da telefoniert haben. Du sagst einfach ganz am Anfang und das ist auch bei der Vorqualifizierung dann schon wichtig, dass eben alle Geschäftsführer mit dabei sind, dass du die Entscheider einfach im Call drinnen hast, weil dann kommt oft die Dings wieder, ich muss erst meinen Bruder fragen, wer ist auch Geschäftsführer und so weiter. Die sagen dann halt ab. Und es ist eben ganz wichtig, dass du dann im Vorhinein schon sagst, am Ende dieses Calls möchte ich einfach eine Entscheidung haben. Und das ist was, das machst du ja auch selbst. Zumindest was, so wie wir bei der Mastermind zum Beispiel telefoniert haben. Wichtig. Obwohl wir nicht mal ein Vorqualifizierungsgespräch gemacht haben. Aber das ist ein anderes Thema. Also hier gibt es ja kein richtig oder falsch, Philipp. Mich interessiert ja wirklich einfach nur, wie du da vorgehst einfach, weil es einfach spannend ist, das Ganze zu sehen. Und super. Und dann fixierst du sie halt auf den Preis, sagst, okay, 3000 Euro pro Monat. Zack, so machen wir das. Wie strukturierst du deine Pakete? Also schließt du die auf einen Monat ab von Monat zu Monat, auf drei bis sechs Monate, zwölf Monate. Wie gehst du da vor? Also in diese zweieinhalbtausend Euro tue ich meistens ein Monat Ads schon dazu. Also so als Paket mehr oder weniger für einen Monat. Und dann danach halt mindestens drei Monate am Stück die Ads halt dann. Und da erkläre ich ihnen halt dann das Dualsystem dann nochmal, dass wir auch auf Anfragen umstellen können. Oder wenn sie irgendwann einmal was anderes brauchen. Und am Ende vom Call machst du es dann ganz einfach so, dass du einfach direkt die Zahlung einziehst. Du fragst die Daten von ihm ab, ist es okay für dich, wenn wir das und das gleich machen. Und dann machst du es zum Beispiel über CopCard. Ja. Ja. Sehr cool. Das heißt, du nimmst zweieinhalbtausend Euro, davon sind aber tausend Euro Ad-Budget schon. Nein, nein. Also das Ad-Budget selbst verrechne ich nie, weil... Okay, das kommt on top. Ihr habt nämlich gerade schon gedacht, Mensch, da hast du nicht richtig zugehört auf der Ads. Nein, nein, nein. Da warst du trotzdem halt. Nein, das Ad-Budget verrechne ich aus dem Grund nicht, weil ich mich dann wieder herumstressen muss. Weil dann muss ich das Budget von Kunden auch noch verwalten. Da kommt man einfach dann durcheinander. Weil dann bleibt... Erstens, wenn du jetzt ein Kampagnenbudget von 400 Euro beispielsweise einstellst, bleibt meistens noch Geld über. Und wenn du das schon eingezogen hast, müsstest du ihn wieder zurückzahlen, mehr oder weniger, weil sonst klaust das ihm ja. Und du hast dann einfach mit dir Rechnungen und so weiter... Nein, das... Richtig. Da bin ich zu faul dafür. Nicht nur zu faul, sondern auch schlau genug für. Ja. Mensch, so macht man das nämlich nicht. Cool. Was mich jetzt interessiert ist, wie sieht denn bei dir dein Onboarding-Prozess aus? Also der Kunde hat dann gezahlt. Was hast du für ein System, damit du wirklich so wenig Zeit und Nerven wie möglich einsparst, um dann direkt mit dem Kunden loslegen zu können? Okay, puh. Schwierige Frage. Also meistens ist es so, nachdem dann halt alles bezahlt ist und so weiter, wir die ganze Beratung durchgegangen haben, ich gehe auch mit dem Ablauf natürlich mit dem durch, dass er weiß, was als nächstes passiert. Und meistens gebe ich mir dann selbst eine Frist von zwei Wochen, wo ich dann die Landingpage für den und den Job fertig mache und die ganze Kampagnenstruktur aufsetze. Nach zwei Wochen fahren wir dann für vier Wochen die Ads mit dem und dem Budget, was ich mir vorher schon ausrechne. Also so, falls du das gemeint hast. Ja, richtig. Ich habe mich jetzt halt interessiert, wie kommunizierst du dann auch mit dem Kunden? Wo holst du dir die ganzen Daten von ihm? Hast du da ein System, eine Struktur drin? Okay. Ja, es ist natürlich immer wichtig. Das ist auch was, oft an dem viele Aufträge auch gescheitert sind einfach am Anfang, weil du einfach zum Arbeiten begonnen hast und dann immer wieder nach Informationen natürlich fragen musst. Und ich schaue etwas, was ich mir von der Website runterholen kann. Also ich schaue, welche Informationen, das es da genau gibt über das Unternehmen und so weiter, dass man das alles ganz kompakt beieinander hat. Und da muss ich auch nicht groß irgendwie herumfragen. Sehr cool. Das heißt, du machst es dir ganz einfach. Und sonst, der Kommunikationsweg ist WhatsApp, Slack oder E-Mail? Also zu 90% WhatsApp, aber E-Mail auch. Ich weiß nicht, ich muss mir das generell mit WhatsApp ein bisschen abgewöhnen, weil es ist halt dann so, du bekommst um 7 Uhr in der Früh schon die ersten Nachrichten mit dem und dem Auftrag und hin und her. Was ist da los? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich würde gerne auf E-Mail umstellen, ehrlich gesagt, weil das ist dann wieder so eine Sache, dass man das Private mit dem anderen mischt. Ich kann dir Slack empfehlen. Bei Slack kannst du Channel aufmachen und dann kannst du diese Kanäle jeweils für verschiedene Kunden machen. Das heißt, du machst dann einfach einen Kanal auf, machst einen Kunden auf, beispielsweise Philipp Mooshammer, den lädst du ein, der ist nur in dem Kanal drin, da kannst du deine Mitarbeiter reinsetzen und dann kannst du dem dort ein Briefing schicken, was der alles dir geben muss und schicken muss und dann wird auch nur dort beispielsweise kommuniziert. Ja. Da habe ich gesagt, also da bin ich noch ein bisschen, das ist so, ich habe eh viel an den Prozessen jetzt gearbeitet, so in den letzten vier Wochen. Hast du dir wahrscheinlich schon gemerkt, vor Qualifizierung, das alles, ich wollte einfach einen klaren Prozess haben, so was ich als nächstes machen muss, weil es früher halt immer so war, okay, du freust dich halt jetzt über den Auftrag, aber wie geht es weiter? Und das sollte halt alles ziemlich fix sein. So ist es auf jeden Fall, ja. Das macht Sinn. Sehr cool. Was hast du für Leute, die jetzt gerade anfangen, ja? Also wenn du jetzt an den Philipp von vor einem Jahr denkst, der gesagt hat, ich mache meine Agentur auf, welche Tipps würdest du dem Philipp jetzt mitgeben am liebsten? Das ist eine gute Frage, weil ich bin ehrlich gesagt froh über jeden Fehler, den ich da gemacht habe in jeder Branche. Weil ich überall was lernen habe können. Sehr geil. Aber ein universeller Tipp jetzt ist ein bisschen basic, aber einfach, dass man was macht, weil bei mir war es einfach oft so, ich bin dann von der Schule heimgekommen und habe das nicht so richtig durchgezogen teilweise. Es hat halt viele schlechte Tage gegeben und deswegen durchziehen und hustlen. hustlen und dranbleiben, Philipp. Genau. Und genau das ist es auch. Sehr cool. Philipp, ich danke dir vielmals für das Interview, ja. Vielmals für die Tipps, für die Learnings, für deinen Weg. Und ich hoffe, jeder da draußen, der sich das angeguckt hat, konnte einiges an Inspiration rausziehen und Tipps für sich. Und an der Stelle sage ich, ciao von mir und dem guten Philipp. Bis dann. Danke für die Einladung. Ciao.